Die Sportler und Krampfrichter dürfen durch das Schulgebäude in die Mensa. Alle Zuschauer müssen leider aus um die Halle und fangen sie gebraucht vom reichhaltigen Angebot an die wahre Schweißen von Ausrichter. Die Sportler und Krampfrichter dürfen durch das Schulgebäude in den letzten Jahrhundert und entspannen sie noch ein bisschen. Doch die Persönlichkeit nun werden sie gebraucht und sie werden sie mit einem Transportler und Krampfrichter geben. Die Sportler und Krampfrichter dürfen durch das Schulgebäude über die Lassen Sie die! ...Gruppe! ... oder die ersten von uns. Auf die Hälfte! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nicht mehr ins Gewicht, so haben wir die Begegnung auf der Matte 1 geendet. Siegreich Martin Tarse, Tokarskos 07 aus Nordrhein-Westfalen. Untertitelung des ZDF, 2020